Was ist das, was wir tun? Was ist das, was wir tun? Ja, passt. Clemens, du sollst dich in Position bringen und der Stefan und ich, wir gehen weiter entlang des Waldrandes. Position auf wohin? In Position Richtung Zielgebiet bringen. Der Stefan und ich, wir sind selbstständig. Na gut. Stefan und ich, wir sollen uns da bei ihm in der Nähe aufhalten und der Rest geht da unten weiter. Auf geht's. Ahja, das sieht man eh gut rein. Artillerie. Ich hab da einen Hauptschi bei einem Feuer. Ja, zwei Mann. Zwei Hauptschi bei einem Feuer. Eine Artilleriestellung. Artilleriestellung, okay. Verstanden Artilleriestellung. Ich sehe jetzt zwar nicht, Robert. Ich sehe nur das Feuer und die zwei Mann. Werner. Okay, die sind außerhalb der Höherreichweite. Du bist vielleicht hinten nach der Kette bleibt. Ich, ich gerne spüre unter. Ja. Werner. Kommt zu. der Kämmer vor. Vielen Dank. Ja, ja, da, da, da. Passt, Gehmens liegst du gut? Ja. Passt, gut, dann bleibst du da. Stefan, wir gehen weiter nach vorne auf der rechten Seite da. Check. Right behind you. Ach so. Werner wird dir wahrscheinlich ein Lichtsignal geben. Wenn nicht, dann kriegst du kurz... Ja, dann kriegst du kurz wahrscheinlich über Funk einmal ein Beep oder so etwas. Okay. Drei am Lagerfeuer. Ja, das sollte meine Spülmärme haben. Woah! Boah! Boah! Fier, Fier, Freier, ich warte vor. Dette Ficken! Schönen wir da? Ja. Nehmen wir die Richtung in die Richtung. Ach hinten weg zum Greedo. Check. Und die ersten Wut ja eh anderen von deinem Team sind. Keine Ahnung. Ja, die sind da, neben dem wird versorgt vom Werner, alle da. Da unten in der Mulde, seht ihr den? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der liegt, ich glaube schon. Ich glaube auch. Gehst du uns nicht nieder? Ja, eigene, eigene, Greedo. Ja, ja, ich habe schon mitgekriegt. Fahrzeug rechts. Fahrzeug rechts. Versorgen, was unter dem Knotwende geht. Ah, geht alles. Hier habe ich keinen einzigen Schuss noch abgeben. Dann nach links unten wieder in die Senke. Ich stehe unten in die Senke. Den stehe ich auf der Hüfe oder geht er so? Gehen wir, gehen wir. Ja, geht schon, geht schon. Die Senke. Kontakt in der Senke. Kontakt in der Senke. Kontakt in der Senke. Auf rechts unten mindestens zwei Kontakte, gell? Aber ich habe ihn noch. Der war schon angeschossen. Ja, aufpassen, die Jungs stehen auf. Gehen wir, klein und hässlich durch die Senke. Klein und hässlich durch die Senke. Klein und hässlich durch die Senke. Vielleicht sind wir wahrscheinlich nicht so potent wie Bohnen. Ah, rechts an der Kante. Feuer bereit. Erkannt. Feuer bereit. Feuer. Bereit. Weiter vor. Dings, Rauchentwicklung. Das schreit, ja. Vorne kürzer. Vorne kürzer. Drei Leute bleiben hier im Wald. Zwei Leute in den Kunststall rein. Ja, zwei bleiben im Wald. Green und ich bleiben im Wald. Gets, Gets, Gets. Pass auf, die Dudes auf. Die bewegen sich ja noch. Die sind nicht tot. Vielleicht nicht damit, dass die wieder aufwachen. Check. Jetzt nicht mehr. Die auch nicht. Wer schießt da? Wie. Demens, nachziehen in den Kuhstall. Wer sagt das? Zwei Leute bleiben... Ja, ich zieg noch in den Kuhstall. Zwei Leute bleiben hier. Nein. Eigene Kuhstall, eigene Kuhstall. Warum sitzt ihr im Kuhstall? Ja. Wieso? Drei Leute gingen vor, zwei hinten. So wie ihr sie seht. Ja, genau umgekehrt. Ich glaub der, der lag da draußen. Das ist mir wurscht, denn das wir dann einfach. Glückwärtig wieder raus. Genau den gleichen Weg, was wir gekommen sind. Ja. Ja. Probieren, abrücken. Und was machst, wenn du der Vollhirne jetzt nicht nachrennt? Das ist ja bescheuert. Ja. Und links den Hügel rauf, sonst kommt er wieder. Na ja, verstanden. Links den Hügel rauf, dann wird gesammelt. Links den Hügel rauf. Verallöblich gesammelt. Wo ist jetzt der vorhin? Jetzt weiß er wahrscheinlich wieder nicht, wo du hinkrennt bist, wenn du nichts sagst. Der rennt ja nicht mir noch. Der rennt ja Nummer 4 noch. Ich weiß leider nicht, wer die Nummer 4 ist für euch. Neue Freifliche scannen. Wo ist jetzt der Heini? Move here. Schau, wo das hinbringt. Schau, wo das schafft. Schau. Da haben wir den Piloten schon. So einfach ist das. Und das SW- von der Hügel rauf. Wenn die nicht durchdreht, kann ich den Piloten übernommen. Wie machen wir jetzt, dass das alles erfüllt angesehen wird? Ohja, ob das funktioniert hat mit dem Piloten? Ich befürchte, wir müssen noch mal hinschauen. Woher ist wahrscheinlich gut? Hätte man wahrscheinlich vorne raus müssen, oder? Vielleicht ist noch wo einer, voll beim Leben. Wo hast du denn die Gegner? Es hat vorher irgendwas im Wald geschrien, ziemlich grauslich. Ja, das kann sein. Ich habe einen Kopfschuss verpasst. Ah, okay. Ich befürchte, wir müssen noch mal hinschauen. Gut. Gehen wir halt nur zu zweit mit den Geppen schnell runter, oder? Glaubst du, dass wir alle da rein müssen? Okay, bewegen wir sich wieder auf die Scheune zu. Eher von rechts, diesmal, dass wir einen anderen Weg nehmen. Ja. Schauen wir uns die Leichen nochmal an. Nächstes müssen wir dann nach Osten weg. Mh. Mmm. Mmh. Ah! Ja, danke. Ja, nur so ja an die Umwelt denken. 3, 4, 5. Ja, der fährt Fahrzeug. Wo? Akustisch rechts. Verstetige. Aus Ost. Perenet, egal. Ja. Verstetige ist hier auch. Ah, das ist ein Lagerfeuer. Nein. Okay. Hey, komm, kann ich um die Scheune säubern? Ich hab hier ein Radfahrzeug. Radfahrzeug! Rechts von der Scheune! Bei der Scheune! Rechts von der Scheune! Rechts von der Scheune! Rechts von der Scheune! Wer hat so eine Wegwerf-Piamit? Boah! Haben wir so eine Wegwerf-Piamit? Ja, ich hab eine. Ich geb dir schon mal noch vorne Ball dran. Die seht ziemlich nah. Ja, bin dran. Naja, das ist da nicht nah. Sehen, nichts zu hören. Bleib einmal da, Stefan. Ja. Beruhe, das kommt schon. Check. Verstanden, ist der Pilot noch da? Werner, ist der Pilot noch drinnen? Nein. Ja, was ist denn der? Wir haben ja einen Schützenpanzer. Vorher war er rechts von der Scheune. Wir warten gerade, was er macht. Alter, jetzt sieht er wie eine Lampe schwarf. Keine Ahnung, ob der Schuss ankommt. Wir haben vorher keine Zeit gehabt zum Versorgen. Haben wir eine halbe Stunde, haben wir dumm gestanden. Ja, ich möchte noch Versorgung vom Brun. Ja, und was machen wir denn da durch eine ganze Zeit vorher im Hügel oben? Mental sammeln. Ja. Ja, gedeckt haben wir in alle Richtungen. Also da war keine Zeit zum Versorgen. Ich würde mich nur immer oben stellen. Ja. Ich weiß nichts. Kriegt uns mal den Greedo her. Ja, das heißt der Gerhard. Ach. 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 Was sagt ihr? Da. Hier, hier, hier. Versorg uns mal den Bauman, der kann es uns nicht schießen mit der PA. Ich bin da mein Rohr. Jawoll. Ich brauche hinterm Baum, komm. Ja. Gerhard, hörst du was? Ja. Hm. Mittelschnell. Hm. Ich diene mich! Ja. Ja, kann sein. Es müsste doch zumindest der Task grün werden, dass wir den Piloten, äh, gerettet haben. Moment, durchgewuzelt. Danke. Ich brauche doch Verarztung. Ist eh gut wie leichter.